So, weiter geht's mit Quitsch und dem hier. Zwei Runden bei 5,4 Kilometer Strecke. Wir stehen auf zwei, oh, beide vorne, beide Autos vorne. Das sind ja nur vier Autos. Okay. Willkommen zum heutigen Event, das wohl recht gut werden sollte, Kristen. Was hat die Gruppe? Oh, ich glaube, das Rennen geht gleich los. Vielleicht ist es wieder auf die Cyber-Tickets oder wieder an? Überholen ist. Ah, ein bisschen weit rausgekommen. Aber der lässt es dann doch locker. Sehr gut. Oh nein, das ist die Strecke, oder? Ja. Jetzt habe ich mich schon mal ziemlich böse verzettelt an ihm. Bei dem Zaun da. Ja, der. Warte. Ja, das muss er können. Ja. Ja. Letzte Runde. So, jetzt eine Runde fahren wir. Ja, sorry, wenn die Folgen mal zu kurz sind. Ja. So. Boah. Das war... Ein bisschen zu übertrieben. Nein. Eieieie. So. Dabei kann man auch ein Nummer zwei durch. Gut. So Level 37 Und dann haben wir das Ding auch schon miteinander kurzen So eine kurze Phase durch So und dann geht es hier am Morgentag damit weiter